Ja herzlich willkommen bei die Sportlehre. Was macht man heute? Wir schauen uns heute mal an, was Sportlehre für alles drauf haben wird. Viel Spaß dabei! Nichts Regenwerk, dass mir in zwei Löhnen das Bessere wird. Das bringt meine Arrasch besser. Zwei, drei, fertig. Das ist ein Schwer, ein Korn, ein Räuber. Das ist ein Schwer, ein Korn, ein Räuber. Aufmachen. Arbeitsteilung. Ah ja, der Sportlehrer. Auch schon da. Was machen wir heute? Arbeitsteilung. Aufmachen. 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 So, wir kommen zur nächsten Übung. Rego März, du hast deine Sportschaft vergessen und kommst bitte her. Kölone auf. Und mitschreiben. Zielwurf. Genau, mitschreiben. Aus der Stelle, die aus dem Boden sind. Und... Abhören. 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 Bis zum nächsten Mal.